Wer denkt, er könnte einen super Bauchtanz machen? Guck mal, die Frau zeigt auf den Mann da hinten. Hast du Bock? Wie heißt du? Alex. Okay, pass auf, du hast ein geiles T-Shirt. Geiles Stück, der zieht sich die Jacke aus. Pass auf, Alex, kannst du mal hierher kommen? Wer denkt, er kann einen geilen Headbanger machen? Das Mädel, steh mal kurz auf. Wie heißt du? Nicoletta. Und wie alt bist du? 13. Okay, jetzt ist es natürlich so, jetzt haben wir eigentlich schon zwei Gewinner. Aber, pass auf, du machst den Headbanger, Nicoletta. Er macht einen Bauchtanz. Wenn du den gut machst, kannst du vielleicht sogar noch ein zweites Geschenk kriegen. Aber du musst tritt gegen 30-Jährige an. Das ist voll schnell, aber du musst jetzt dran. Deine Frau hat dich getisst. Eins, zwei, drei. Alex. Jawohl, Alex. Komm, und. So, so. Ich helfe ihm ein bisschen. Komm, mach dir hilfst du mir ein bisschen. Alex, das ist Wahnsinn, dass du vor 3.000 Leuten das machst. Komm, dazu gehört Mut. Nicoletta, jetzt kommt dein Headbanger. Haben wir es im Bild? Oh, Gott, oh die Uhr. Oh, Nicoletta, jetzt. Geh ab! Wow! 13 Jahre! Alter, Vater. Ich hab deinen Körper gar nicht mehr gesehen. Wahnsinn, Nicoletta. Also es war schon sehr eindeutig, gell? Also wer denkt, dass die Nicoletta die Tüte heute kriegt und die ganze Familie... Mahżyer. Gehlein. Untertitelung des ZDF, 2020